Beim G-Tech Motio mega praktisch ist, dass der Akku entfernt werden kann. Dadurch kann man den Akku losgelöst vom Gerät laden, zum Beispiel in der Küche währenddessen der Staubsauger im Garage bleibt. Und natürlich kann man mit einem Ersatzakku die ganze Reinigungszeit verdoppeln. Statt 20 Minuten ohne Saugkraftverlust und mit voller Leistung kann man mit einem Ersatzakku 40 Minuten ohne Saugkraftverlust und mit voller Leistung saugen. Das reicht auch für eine ganz grosse Auto. Der G-Tech Multi, jetzt bei Recofore. Untertitelung des ZDF, 2020